Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Servus liebe FIFA-Freunde. Wir sind hier nicht bei Ultimate Team, sondern diesmal beim Bro Club. Ich habe ein paar Freunde von Facebook zusammengetrommelt und zusammen wollen wir das hier mal wagen. Ich habe mir einen rechten Mittelfeldspiel erstellt. Wir haben einen Stürmer dabei, ZOM, Zentral Defensiv und ein linkes Mittelfeld. Und mal gucken, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ihr dürft auch mal Hallo sagen. Oh, gut Koppel. Servus. Okay. Ich wollte gerade sagen, sie sind alle ein bisschen schüchtern. Hallo. Aber genau. Ich denke, das sollte funktionieren. Das ist jetzt ganz anders wie Ultimate. Ich habe es noch nie gespielt jetzt hier bei FIFA 14. Ich bin gespannt. Irgendeiner zerlegt da erstmal sein Headset. Und ich habe eine ganz kuriose Kameraeinstellung. Kann ich die jetzt ändern oder ist denn für alle Pause? Nee, das kann ich auch nicht. Aber... Das ist nur für die Pause. Nein, ich kann doch. Also ich spiele jetzt gerade nicht mit. Nee, nur so winnen. Okay, Dominik, was machst du mit deinem Headset? So. So, also ich bin jetzt mit am Start hier. Nein! Führer-Ugius. Wie geht denn der Name klar, Alter? Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ich muss auch meine Dings hier machen. Wer hat denn da den Torwart gehabt? Nein. Keiner. Dominik! Das ist ja schon perfekt. Ich glaube, ich darf kurz aufgaben. Ja, toll. Nein! Nein! Das mit Sprinten ist echt extrem. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht die ganze Zeit. Und so. Will ich schon wieder einen Zug kriegen? Na. Das ist die Klasse, Alter. Alter, was ist das denn für ein Team? Alter, seh mal vor, die Deutschen. Der erste Führer-Ugius, Alter, jetzt der Anführer. Nee. Oh, oh. Oh, oh. Sauber-Skill. Dominik! Reagiere! Oh! Oh, ne Parade! Oh, das ist... So, das geht ja gar nicht. Ja, wie ich zacken kann. Boah, was ist denn das für ne Kamera bei mir, Alter? Alex, Laufschlampe. Ich bin nach vorne, Alex. Ja, sehr gut. Alter, das ist ja mal richtig hier, äh... Kurioser Teamname. Ah, schade, Chris. Oh, ich laufe irgendwo in der Abwehr rum. Sch... Hääääh Flanke! Ah, schade Wer auch immer den ZDM hat, der müsste auch mal ein bisschen hinten spielen Sauber Oh Gott Nein! Keiner da Ja! Nein! Boah, die Kamera, die ist schrecklich, Alter Irgendjemand hat schon wieder ein Echo gehört Oh, da hätt ich fast in den Torwart umgehauen Oh nein Oh Schweiger Nein! Absturz jetzt nur, ne? Oh Gott Okay Na Ich glaub ich war das einmal am Ball oder so Hätt ich mal doch die linke Seite genommen Schön gemacht Na Nein, ich war durch Er hat mir den Feuer abgenommen Spiel doch Linie Oh Jungs Sauber Er springt am Abseits rum Ja Ja genau, ich hab ja nicht passen gedrückt Ja genau, ich hab ja nicht passen gedrückt Was ist denn Lauf? Ja Ja Ich bin mein weitem Abseits Kollege Ah Aber ich muss erst noch die richtige Kameraeinstellung finden Aber ich muss erst noch die richtige Kameraeinstellung finden Oh Mann Oben war ich frei Ja Ja Spiel lieber den an der meinen weitem Abseits war Ja Hier als Tier Aaaaaaah Voll umgaun Pass in der Mitte auf Jaaah Und da ist er wieder Ich muss nicht wieder mal helfen können Wir kriegen voll auf den Sack hier, Alter Ja Keiner spielt über rechts Ja, schöne Idee Boah Schei Schiri, der hat uns blockiert, Mann Der gehört bestimmt zu denen, ey Das verzeih ich Der wurde gekauft von den Führern, Alter Abseits Oh Mann Wer war das? Laufschlampe Scheiße Das war immerhin ein Einwurf für uns So lange hatten wir noch nie den Ball So lange hatten wir noch nie den Ball Och Mensch Entschuldigung, diesmal war es mein Fehler Ja Mal hier freischossen Jawoll Komm schon Jungs, da packen wir noch Ich muss irgendwie eine andere Kamera einstellen machen Bachübertragung, Tele Inferenziert von 1,5 Jahr Der Nummer 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 4 6 5 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 6 Ja! Pass! Ahhhh! Unsere erste Torchance, warte! Schreibe ich mich nicht auf! Liebes Tagebuch! Ich bin so stolz! Das ist ein kleiner Erfolg! Sauber, schön gestört! Ich weiß gar nicht wo ich bin, Alter! Hey Jungs! Ah verdammt! Mach zurück! Nein! Boah, der hat durch den Gashahn aufgetreten! Wo passt du denn hin? Ich wollte nur... Ah, ist doch nett! Nein! Warum spielt die nicht unten um? Wäre doch der einfache Weg gewesen! Ich kann zu Pässe! Zauber! Zieh ab! Jetzt! Schieß! Dumme! Und unten um Alex! Hier! Zieh ab! Hier! Unter! Zieh! Ja! Oh! Oh! Jetzt sind wir am Drücker, wir machen ihn fertig! Wir müssen uns mal darauf einigen, dass jeder seine Position hat und nicht alle auf einmal vorne rum rennt! Ja! Wäre am besten! Ich renne da schon nur unten! Schönen Riss! Nein! Doch! Flanke! Sehr gut! Der Kameramann spielt nicht mit! Der Kameramann spielt nicht mit! Nein! Nein! Scheiße! Mach doch Lackle! Ganz froh sein, dass ich nicht Winfried Schäfer bin! Da geht er aus! Nein! Zieh ab! Zieh ab! Zieh ab! Schade Jungs! Wir haben jetzt schon genauso viel Türchancen wie die! Ich bin unten an der Linie! Oh! Kriegt er den noch? Sind das alles für Marcellus, deine Apfel, alter! Jeder macht einen Feierrucks hier! Rückraub! Rückraub! Nein! Schade! Sauber! Nein! Oh! 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 Ich bin wieder unten! Wir stehen mal an der Außenlinie! Wer ist Lila? Ja! Jawoll! Nein! Oh! Das gibt's doch nicht! Wir reden auch! Boah, was ist das jetzt hier für ein Rumgekicker ey! Das ist ja schlimmer als bei Werner Teil 1! Auf Marktplatz! Ja, genau! Holzbein Kiel gegen, keine Ahnung! Sauber! Zieh ab! Tschüss! Oh nein! Wann war das Alex? Ja! Weil ich... Mein Spieler ist fast K.O. ey! Ja, das ist weil der zu viel rennt! Mach da lieber einen Pass, oder Flanke, oder Shop in die Mitte! Stop Sui! Haha! Sauber! Nein! Zauber! Ich bin lieber auf Nummer sicher hier! Haha! Sauber! Waaah! Noch eine Station weiter! Ja! Falsch ist... Genau! Gib's ihnen ein! Genau! Hau ihn kaputt! Ja! Hau den Knüppel raus! Hau den Knüppel raus! Nein! Ach, was war das denn für eine Flanke, Alter! Scheiße! Ich merke schon aus mir wie kein Schweinsteiger! Ich merke schon aus mir wie kein Schweinsteiger! Ah, scheiße! Jetzt mal kurz auf mich kommen! Sauber! Sauber Tobi! Wenigstens ein Ehrentreffer! Schöne Ding Tobi! Geile Vorarbeit Jungs! Ja, war stark! Ach, die haben schon drei Tore! Ich dachte, die haben zwei! Oh, ist auch verletzt! Sauber! Schön die Beine gebrochen! Krankenhaus! Sportinvalide! Ja! Oh! Schade! Schade, schade, aber... Ja, guck dir das an! Der Anführer ist los, Mann! Und der Anführer hat nochmal 88 gehabt! Nächstes Spiel gewinnen wir! Aber sicher! Spielerbewertung 5, ey! Top-Bewertung! Auch nur 6,4! Muss ich das Spiel verlassen jetzt, ne? Ja, musst du! Okay! So, ich danke... Ich danke... Ja, ja, doch! Ich danke euch fürs Zuschauen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Jetzt mal was anderes als Ultimate Team! Wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt's ruhig in die Kommentare! Und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Wollt ihr auch tschüss sagen? Ciao! Ciao, ciao!